Das sind doch 4 Pokale. Ja, krank. Finales Game. Wenn das jetzt gewonnen wird, dann habt ihr die 1000 Pokale. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück. Nein! Nein! Das mache ich! Das mache ich nicht! 3, 2, 1... Hey Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute machen wir mal ein richtig, richtig krasses Video. Wir werden heute, mein Karl, 1000 Plänen vorlesen. Jetzt werden sich viele fragen, was geht Tobis auf Marlins Kanal? Ihr habt es wahrscheinlich schon in den letzten Parteien gesehen. Zum Beispiel Clash Games, Spooky und Lukas haben Videos auf Marlins Kanal hochgeladen. Nicht einfach daran, weil Marvin aktuell eine OP hatte und jetzt noch im Krankenhaus trägt für 1, 2 Wochen. Kann er leider keine Videos hochladen auf seinem Kanal. Schreibt auf jeden Fall gerne alle mal Hashtag GuteBesserung. Marvin in den Kommentaren auf Ehre. Ich würde ihn natürlich extrem freuen und hoffentlich ist er so schnell wie möglich wieder zurück. Und kann für euch Videos bringen. Deswegen mache ich heute mal ein Video wie die Jungs. Und wir werden heute einen 1000 Feenpush machen. Wie schon gesagt, wir werden Karl auf 1000 Feen pushen. Und ich würde sagen, wir machen einen kurzen Cut, dann sehen wir uns in game. Bis bald! Okay Leute, ihr könnt es hier sehen Leute. Wir sind jetzt in game und wir sind hier auf meinem Main Account. Wie gesagt, für Leute die nicht mich kennen. Ich bin Tobi und mache auch ab und zu mal was Videos. Und mit dabei ist auch der Reisverkäufer. Was geht ab? Gute Laune Michi! Yo, Moin! Moin, Moin! Ja Leute, ich habe auf jeden Fall schon ein paar Border auf 1000 gepusht. In einer oder anderen aktuell auf Erfangen 35. Wird vielleicht auch noch ein cooles Video auf meinen Kanal kommen. Mal schauen, wie das Video ankommt. Und ja, Karl ist auf 800. Wir werden jetzt hier ihn auf 1000 pushen. Ich würde sagen, let's go! Wir gehen rein. Viel Spaß auf jeden Fall beim Anschauen. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und abonniert gerne mal ins Kanal. Und ja, wir starten jetzt. Let's go! Das passt nicht. Ich komm vielleicht nicht raus. Was? Der hat mich aufs Chumppad geschleudert. Nein, da war ein Dumpad. Hast du das nicht gesehen? Ja! Der hat mich mit seiner Ult aufs Chumppad getan. What? OP! Oh Mann! Oh Mann! Nice! 900 Leute! Die 900 Trophäen sind schon mal da. Let's go! Let's go! Nice Tobi, du passt so hin und Eren ins eigene Tor rein. Perfekt! Nice! GG's! Oh, come on! Vielleicht haben wir die Hälfte von 1000. Let's go! Okay, okay. Jetzt sind wir... Na, jetzt fehlen noch 52. Nice! Let's go! Sehr stark! Sehr, sehr stark! Oh Leute, wir haben jetzt schon die 900... Nein, wie viel ich weiß gar nicht. 968. Also noch 32 Pokale. Oh mein Gott. Jo, ich bin der Pukki und ich bin auch dabei. Ich guck jetzt den Jungs zu, wie sie den 1000er-Push hier vollenden, die letzten drei Games. Die Spannung steigt auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr hyped. Und Leute, wenn ihr noch keinen Daumen nach oben da gelassen habt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Denn sonst werdet ihr nie einen legendären Brawler ziehen und gebt Creator Code Pukki im Shop ein. So, jetzt habe ich hier meine Promo gemacht und jetzt bin ich auch wieder weg. Viel Spaß! Oh mein Gott, jetzt wird spannend. Jetzt mach deinen Job. Ja, ich mach meinen Job. Ich will euch aber nicht zu sehr ablenken. Boah, das sieht schon mal sehr, sehr spannend hier aus. Der Frank ist schon mal down, der Landi hat da gut reingekarriet. So wie ich das hier beobachtet habe. Und ihr spielt tatsächlich mit einem Surge, ja? Surge ist echt ein krasser Brawler, muss man jetzt sagen. Ja, Surge ist extrem okay, ja. Macht echt Bock. Also das ist auch einer der Brawler, die ich gerade am meisten zocke, wenn ich überhaupt mal auf Serious pushe. Und was könnte das machen? Er hat gefehlt. Er hat gefehlt. Natürlich. Ne, ne, natürlich kein Front. Oh, aber Landi, auch ein bisschen so, Falter am Start. Und das ist das 1 zu 0. Ne, oh mein Gott. Oh, neues Gadget. Oh, neues Gadget habe ich überrascht. Ja. Ah, stimmt. Das ist Instant Explosion, ne? Ja. Du kannst Instant Explosion. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Cooler Gadget. Okay, das ist ja mega OP. Ja. Ja, allgemein die neuen Gadgets sind sehr verfolgt. Ja. Boah. Jetzt kommt. Ich glaube, ich werde down gehen. Ich habe sie. Oh. Was? Wie? Wie hat der das... Okay, das war ganz zu easy, halt. Okay. Noch genau 10 Pokale jetzt. Oh mein Gott, Leute. Hoffentlich schaffen wir es. Karl auf 1.000 Tp ist ja zu krass. Das wäre echt lit. Okay. In die vorletzte Runde wird es hier reingestartet. Oh, Gale und Surge. Und Mr. Peter. Also Gale und Surge. Generell gerade gute Browser. Die spielen ganz krass. Ja, die spielen die beste Form. Die Sterbste. Ja. Okay. Ah, gut. Dann bin ich mal gespannt, ob die Jungs das jetzt hier regeln werden oder nicht. Oh, der hat... Oh, was? Alter, das TPen ist halt auch so krank OP, ne? Also... Ja, das ist echt krank. Aber gut. Wie gesagt, steht 1-0, aber... Ja, die haben trotzdem den Vorteil von der Combo her eindeutig. Und auch in Overtime. Zum Glück hat der Surge noch kein Upgrade, weil dann wird es ekelhaft. Ja, ja. Da muss ich extrem aufpassen. Na gut, eines. Na gut, eines. Bei allem geht es halt noch, ne? Wenn die Range halt erhöht wird, dann wird es halt richtig schlimm. Ja. Oh. Okay. Oh! Sehr gut, sehr gut. Gutes Save. Sehr nice, sehr nice. Boah, Junge, das ist ja richtig... das ist ja richtig intens, Alter. Okay, wenn da jetzt ein kr... Okay. Ich dachte schon, da kommt jetzt ein krasser TP oder sowas. Oh Gott, das wird schwierig. Ja, der Pinguin lebt auch noch. Ja, ich werde down gehen, hat jetzt kein Upgrade. Oh! Oh, okay. Das hast du auch nicht mehr bekommen. Jetzt wird es belastet, Alter. Ja, jetzt wird es echt schlimm. Nein, deine Pinguine nervt mich mega. Oh. Oh, okay. Oh, okay. Okay, okay. Boah, okay. Das Problem ist, er wird halt relativ bald 4 Upgrade bekommen. Also Maximum. Und dann ist es... Sehr, sehr schwer. Und ist eigentlich fast ungewinnbar. Junge, diese Pinguine, Alter. Wie oft boostet der die dann? Ja, zwei Mal haben wir gewusst. Ja, ich kann da... Aber die Pinguine-Station steht immer noch... Hm, einfach 30 Sekunden, ja. 4 Upgrade. Boah, das wird schwierig, das zu erhalten. Aber ich drücke euch die Daumen auf jeden Fall. Ja. Oh, Tobi macht das ganz gut hier in der Verteidigung. Oh, ja! Das sieht gut aus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das sieht sehr... Alter, das war ja so close. 8 Sekunden, 7. Ja, das müsste auf jeden Fall der Win sein. Und das ist auf jeden Fall der Win krank. Alter, wie close das gerade noch war. Wow. Holy shit. Wow. Wow, wow, wow. Jetzt noch genau... Plus 6, noch 4 Pokale. Ja, krank. Okay. Eingeben noch. Am besten... Im besten Fall einfach nicht verlieren. Dann... Flawless hier. Ich weiß ja nicht, wie viel ihr davor verloren habt. Aber ich schätze mal Null, oder? Haha, natürlich. Natürlich Null. Wir haben 7 Games verloren. Also schon relativ viel. Ja, liegt daran, dass ich nicht da war. So, weil jetzt, wo ich da bin, ist halt einfacher. Weil ich habe ja SuperSaga angerufen, dass die die Gegner ein bisschen schwächer machen. Okay. Finales Game. Finales Game. Wenn das jetzt gewonnen wird, dann habt ihr die 1000 Pokale. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück. Das könnte echt... Na gut, Surge ist halt in beiden Teams vertreten. Ja. Rico auch sehr sehr stark. Frank ist... Hm... Kann stark sein. Aber das Gute ist, unter Surge kann gut Upgrades bekommen. Ja. Das ist sehr gut. Da kann er sich ein bisschen vollfarmen. Oh, ja. Oh, das könnte... Das könnte das erste Tor werden. Nein! Nein! Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Ja. Gut. Das passiert dann natürlich auch mal. Aber ich sage mal so. Halb so wild, ne? Stehe da noch 0 zu 9. Hm... Okay, unter Surge hat 3. 3 Upgrades ist schon mal sehr sehr stark. Und jetzt ist er merkst, krank. Ja, gut. Jetzt habt ihr halt einen riesen Vorteil mit eurem Surge. Solange der andere Surge nicht auch aufs gleiche Level kommt. Seid ihr da echt noch gut dran? Und... Na gut, dann muss er jetzt... Ja, ich kann überschlaufen. Ich kann überschlaufen. Na gut. Das macht er ganz clean. 1 zu 0. Okay. Frank hat Ulti. Frank hat Ulti. Ey, wenn ihr jetzt ein Tor schießt, dann habt ihr es. Krank. Ja... Wie viele Stunden habt ihr daran jetzt insgesamt gesessen? Ja... Jetzt... Weiß ich gar nicht genau. Ei... Jetzt nochmal konzentrieren. Auf Save runterspringen. Sieg hat Ulti. Nice, nice. Sehr gut. Ja, das ist es. Das ist auf jeden Fall das... Das sieht gut aus. Let's go! Gut, da hat er sich ein bisschen übernommen mit seinem Twitter-Versuch. Aber gut, der Gegner macht gleich was. GG, Alter. Sehr, sehr nice. Da muss man schon mal klatschen. Da muss man schon mal klatschen. Auf 1.000 Tauphäen, da können wir fast mal ein Sweephot, Leute, alle mal ein Like nach oben geben. Also nicht nach unten, den Like nach oben. Ja, krass. Nice. Herzlichen Glückwunsch, Tobi, auf jeden Fall. Sehr, sehr nice. Danke schön. Hat Bock gemacht, jetzt hier die letzten Games noch anzugucken. Und ja, dann würde ich sagen, nehme ich mir hier einfach mal das Recht und beende das Video. Schaut auf jeden Fall bei Tobi vorbei. Ganz, ganz klare Sache. Unten in der Videobeschreibung verlinkt. Landi natürlich auch. Ihr könnt auch gerne bei mir vorbeischauen. Und lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Ja, abonnierst diesen Kanal von Marvin hier. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao. Outro